Und noch eine Runde Schwarzfels füllen. Ich fahre mir besser als das Wasser zu durch, doch. Was ist das für ein Quest? Archäologie, ne? Das ist Archäologie, ja. Ach, schade, dass ich mit denen keine Archäologie habe. Nur mit dem Paladin. So was solltest du übrigens in Legion wieder öfter geben, ne? Für verschiedene Berufe. Nicht nur für Archäologen. Das. Ich habe auch ein paar Kierwald. Oh, ja, das kommt jetzt. Das ist doch ein paar Kierwald. ich kann mich nicht ich kann nichts machen das ist was du kriegst was noch denn hat auflegen nein hattest du scheinbar nicht ich hätte es noch gehabt habe ich habe zu spät gesehen dass dann noch ein mob lebt beweglichkeit gibt moment ich glaube ich muss mal ganz ganz kurz aus der instanz raus mein gürtel ist kaputt mir geht es um die fünf prozent ausdauer die ich dadurch verliert das ist schnell gemacht stehe direkt im handelsdistrikt von sturmwind da sind genug für sie ist die reparieren können und das muss jetzt erst mal durch wieder durch quetschen der hat schon durchgequetscht noch einen balken habe ich zwei nachricht da muss ich gucken was von einem level habt ihr also nicht item level sondern was haben eure erbstücke einzeln von item level 279 immer noch 279 ok es gibt also noch keinen auf die krisse 2 1 und nicht 2 80 oder ach so du bist auch noch nicht okay 2 92 sind meine wo 92 also wird die wird das erbstück immer noch nicht besser sein als meine ist mein stadt mit 300 mit einem level 308 musste mal vergleichen seitdem ist das ein bisschen komisch kommst du warum ist unser der hat geist freigelassen ja wenn sie das ist das phänomen von den leuten die nur noch den dungeon browser benutzen sie wissen nicht mehr wo die eingang der gänge der instanzen sind ich könnte mir schon eine weg beschreibung geben aber die wäre für diesen fall sogar ziemlich kompliziert man muss also schwarz fels höhlen muss man schon sehr fündig sein dass man den findet ja aber gut wenn man weiß wo er ist geht's tja wenn ah er hat ihn gefunden was ist das vielleicht nicht derselbe stadt den ich ach nee das ist ein beweglichkeitsstab ok der sieht ja witzig aus ja also mein grund ist die geschwindigkeit von meiner berührung das war ein chaos wollte ich hab's gesehen ja war ja auch geabsichtigt haben wir irgendwann im tempo gebracht wir haben zumindest kein zaubertempo hier ja meine berührung aus irgendeinem grund schneller geworden ja ja ich ja ich um der Zauberstau oder ist ja die Katze besorgen der Katze ist was so konnte zu liebten und hier keine Ahnung der herkommt aber er ist da und ich würde vorschlagen dass der gefokust wird der macht hier meisten auch schon tot die du ausgesprochen hast warum konnte ich mich nicht heilen da von hinten kommt noch was ja ich bin gestunt und bin tot irgendjemand hat da alles gepolt na gut ich habe sowieso alle freigelassen ja was anders geht als ganz ja ich wäre reingerannt und gerettet dich ja ich kenne den Weg doch weißt du was das traurige ist heutzutage lernt man ja auch nicht mehr die Wege ich weiß den Weg nämlich auch nicht das ist weil ich den unten nach unten muss man ja genau weil ich nie äh na was ich frage mich aber echt wo die ganzen mobs jetzt herkommen also irgendjemand hat die von hinten gepolt aber wie das ist die frage also ich habe zum Glück keinen pet weil ich auch von meinem ne ja aber wir haben hier niemanden der ein pet hat das ist ja das moment 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 warte da hat immer wieder gepolt in gestern jetzt etwas auch her bitte Prozent oder die 50 zaubermacht 30 136 zaubermacht 19 19 Tempo um 27 Intelligenz 28 Intelligenz also der Stab ist immer noch schlechter als der Stab den ich dem blauen Stab den ich angelegt habe das ist sehr interessant das ist sehr interessant oh man mein instabilen Funken bauen sich ab über das muss ich nicht in eltern auch keine gedanken machen ich habe ich habe akku von irgendetwas ich weiß ich habe ich habe aus irgendein grund von irgendetwas akku gehabt das rennt jetzt rum ja das kommt da oben gerade wie schafft ihr das immer mobs zu ziehen ernsthaft ich weiß es nicht das ist das wunder der abkürzung wir haben hier bis auf den dingen da oben keine abkürzung genommen aber ja auch das ist die größte abkürzung ja aber trotzdem wie schaffst du es davor irgendwo abmuchst du siehst ich weiß es nicht ich bin euch direkt hinterher gelaufen dafür nicht mal irgendwelche ausschweife gemacht deswegen wundert es mich ja da steht nix mehr rum ich weiß das nicht was kommt von alleine umströmung und dann und und ja erst mal die halbte der mama farbel an Der Dettel war überhaupt verpassen, Mann. Sieh'n auf jeden Fall cool aus. Ja. So, danach werd' ich erst mal einen Händler aufsuchen und Sachen verkaufen. Jo. Und reparieren. Jo. So. Ich warte bloß mal kurz, bis der... So viel zum Thema warten, bis er da hinten steht, damit man ihn erstmal schön durchs Feuer pullen kann. Und wieder der Stärkeumgang. Droppt immer der gleiche Scheiß, ne? Ja. Krissi, bist du jetzt eigentlich auch schon 82 oder brauchst du noch ein bisschen? Brauch noch 11%. Ok, das hat sich bis zum Ende von der Indy dann erledigt. Die Eule hat gepullt. Ich hab' da schon wieder irgendwas fliegen gesehen. Wacken. 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 Unterbrechen bei den Dingern, oder? Gelegentlich wäre das nicht schlecht, ja? Unterbrechen bei den Dingern, oder? Unterbrechen bei den Dingern, oder? Ja, scheinbar. Wie Eule, die auf Stoff-Items würfelt. Oh, fuck. Da war ja was. Ah, ja, gut. Eulen sind bloß Konkurrenz in Sachen Stäben und Schmuck und so. Ja, läuft. Äh, so solltest du was zünden. Ja. Was ist das? Um Gottes Willen, ey. Hast du jetzt den halben Raum gepullt? Eigentlich nur zwei Gruppen. Nur. Betonung liegt auf. Nur. Ne, man. Boah. Der Trottlretz mich halt einfach an dieser Eisfläche. Oh, das war ich. Ne, das kam von der Eule, der Trottlretz. Echt? Okay. Also, ich glaube, ich habe gerade von Campo den Rettz bekommen. Ach, meine Mögele ich. Ja, ja, ich hätte auch gerne noch. Ach, Meisterschaft kriege ich ja. Hm? So eine Eule. Hier sucht Antworten. Vor sie euch. Dies ist eure Antwort auf das Leben. Erde kann geformt werden. Gestaltet ihr nicht. Ihr seid nutzlos. Erde kann geformt werden. Gestaltet ihr nicht. Ihr seid nutzlos. Was ist denn diesmal? Hm. Trinket mit Int und ein Bogen. Und ich glaube, ich habe Lex. Ja, das sieht mir definitiv nach Lex aus und das könnte auch ein Disconnect sein. Ja, das ist definitiv ein Disconnect. Ich glaube, ich habe nicht mehr. da hat sie erst als auch endlich gemerkt der OPP ja gut jetzt kann erst von Prozent die es wird das Connected nachdem du das BD gesagt hast was kommt denn hier jetzt okay das Stundenglas ging irgendwie an niemanden oder wie äh was ich hab drauf gewürfelt und äh aber es hat irgendwie ist im Chat niemandem angezeigt worden dass es gekriegt hat dann hat noch keiner ja da hat es halt keiner ja da hat einer nicht drauf gewürfelt oder das ist verlaufen keine Ahnung es kann auch sein dass er meinen Wurf noch nicht wirklich gezählt hat weil ich hab zwar vor dem DC noch auf Würfeln gedrückt aber ich hab keine Ahnung ob er den noch gewertet hat oder ob das schon im DC war oder ob das schon im DC war der Ladebalken braucht auf jeden Fall grad wieder eine halbe Ewigkeit aber jetzt hat er einen Sprung gemacht du weißt nicht ob das noch in DC war also ich ok wann wann warst du das letzte Mal in Amerika ja ihr seid auf jeden Fall aus der Indie raus oder ja zu verkaufen und reparieren ja so Chrissy du hast Level 82 noch erreicht oder jo das ist sehr schön ich hab sogar noch schon wieder 39% dann